So, halli halli und herzlich willkommen zum ersten Teil meines Left 4 Dead 2 Let's Plays. Ich bin hier mit einem Kollegen und wir bzw. ich fangen einfach mal an die Kampagne mit einem kleinen Kommentar durchzuzocken und hoffe ihr habt Spaß dabei. Left 4 Dead 2, ich denke mal das sollte allen Leuten hier oder bzw. fast allen ein Begriff sein. Left 4 Dead 2 ist einfach nur ein Zombie-Shooter, in dem man sozusagen, ja die Apokalypse tritt ein, Zombies laufen rum und man wird von der Regierung zurückgelassen, wie man jetzt gleich auch sehen wird. Hey! Kommt zurück! Kommt zurück! Na, wer kommt doch nicht zurück! So, jetzt schlupft man in eine von vier Rollen. Ich glaube da unten geht's rund. Ja. Und man muss sich jetzt einfach den Weg freiboxen. Überleben. Ja, überleben. Haka, aber den Weg freiboxen. Soll ich von euch machen. Sehe ich das echt? Na, ja. Soll ich ihn machen. Na, ich bin jetzt noch ein paar Mal. Snippst! Komm, komm! Komm mit mir! Komm, komm, komm! Oh, ho, ho. Komm, komm, komm! Wow! Not enough! Schießt mir meine Mates eiskalt in. Wow! 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 Oh nein! Nein! Ganz gute Kopfschüsse! Rein, 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 rein! Ah, GAD! Okay. Ja, der... Boomer hat... ...mich an... Ach du scheiße, ich schau mal. Ja, hier liegt jetzt zum Beispiel... ...ne Adrenalin-Gruppe. Man sieht schon... ...farbenfrohe Welt, also... ...seht ihr die Sonne da hinten? Ach, das ist doch... ...rechte schöne Atmosphäre. Ja. Ja, das ist auch ziemlich cool. Das, was ich hier gerade in der Hand halte... ...ist Kotze. An jedem hier... ...was sehen meine entzündeten Augen? Oh ja... ...ne Kettensäge... ...geist... ...möge das Gemetzel beginnen... ... ...ach du scheiße... ...komm, komm, 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 komm... ...jo, jo, hua, hua... ...jetzt geht's ja Spaß los, meine lieben Freunde... ...ach du scheiße... ...ach du scheiße... ...woh... ...woh... ...okay, das war jetzt... ... ...woh... 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 ...Amanda, wo bist du? ...hier, das ist ein Fall für Amanda Todd... ...nothing to do hier... ...ohne Witz... ...wow... ... ...ich geht mal weg... ...hier... ...hahaha... ...das... ...das... ...das ist doch ne Verschwörung... ...oder nicht... ...wir haben... ...keine Frauen anwesend... ...außer hier... ...die... ...schwarze... ...großen... ...äh... ...farbige... ...afro-Amerikalerin... ...Frauen mit Migrationshintergrund... ...hahaha... ...wie auch immer man es nennen will... ...wo... ...okay... ...weiter geht's, Jungs... ...wieso? ...ein? ...okay... ...ich glaube ich hab mich schon wieder... ...WOW... 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 ...SLANDERMAN... ...SLANDERMAN... ...MIT LANGER ZUNGER... ...HAND SCHUTTARM... ...Ach du Scheiße ey... ...WOWOWOWOW... ...Ach du Scheiße... ...Komm ich schon hier oder... ach nö ich hab wirklich den äh Orientierungsbeціer mit Hamstuffs Nein! 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 Okay, okay, ich hab also wir richtig gerade Glück. Beim besten wäre nicht. Wow! 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 Ganz ruhig, bros! Wow! Nein! Ich glaube ich höre gerade etwas. Nein! Wow! Ach, ich hab sogar noch Quotze. Oh! Oh! Spitter. Spitterschleim. Nein, ich nenn das Spitterschleim. Es ist keine Säure. Oh! Oh! Die Schwarze muss arbeiten! Komm, 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 komm! Keine Müdigkeit, Frau Schütz! Ne, Frau Schütz! Oh! 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 Ich weiß nicht, ey, ich bin Ego. Ist doch nicht heils. Ich bin Lefi. Yo! 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 Los! Wasp! Oh, g�.. Wat? Ach so, ouch! Ach! Du Scheiße! Ich lade! Nein! No! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Komm her! Schläfsäcke! Die gehören hier natürlich in Krankenhaus. Ja wir decided das Krankenhaus. Gott sei Dank, der geht noch. Ne, mit Helft. Scheiße, Mann. So heißt die Mensch, glaube ich auch. Was ein Albtraum. Beschissene Zombie-Apokalypse. Scheiße, Mann. Hier mache ich dann den ersten Schnitt. Das war Part 1. Ich mache einfach Schnitt, weil es hier gut passt. Ich muss, hier geht es dann gleich weiter in Part 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dann, Leute. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei.